Stream läuft. Ja ich hoffe das Bild ist jetzt flüssiger also nun noch einmal herzlich willkommen zur hoffentlich diesmal letzten Episode von The Wolf of Mongas. Ich drücke jetzt mal auf Play und hoffe dass es diesmal auch abspielt. Okay das Problem ist einfach zu beheben. Ich fange die Episode mal von vorne an. Ja es ist einfach so. Jetzt habe ich auch ein Standbild. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Es war das letzte Mal schon, dass ich ein paar Mal gehakt habe, also von morgen aus. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Braucht er einfach nur extrem lange, um zu speichern? Es war schon ein paar Mal beim Speichern. Und nichts funktioniert. Natürlich habe ich wieder vergessen, dass er die Untertitel ausschaltet. Wenn ich das Spiel neu starte. Ein Trainwreck. So. So. So, ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich habe keine Ahnung. Nein. Hollis, Freundin. Lilly. Ich weiß einfach nicht, was Bigby macht. Wenn er... wenn er so interessiert. Wenn er sogar schreit. Das ist Scheiße. Das ist, warum du mir nichts erzählst. Es ist die Riven, nicht wahr? Wir zerstören den Baum. Nein! Wir werden nicht den Baum brennen, Snow. Wir werden nicht den Baum brennen, Snow. Hey, du wirst mich wirklich nicht auf die Pfanne senden, oder? Nein. Das tun wir nicht. Ich weiß nicht. Snow wird hierher kommen. Sie hat nur... Die Kräne hat sie hart gefangen. Und... Sie weiß nicht wirklich, wer ihre Freunde sind. Und nochmal die Scheiße überkugeln. Oh Gott! Bigby! Das war keine Worte. Das war keine Worte. Eat so viele Metal-Sellings wie du siehst, aber nur noch eine andere Silber-Round neben deinem Herz. Und der einzige Ort, wo ich dich besuchen werde, ist die Morgue. Bigby, warten. Wenn du den Kräne bekommen hast, mach sicher, dass du ihn wieder zurückkriegst. Er muss auf die Türe stehen. Warum haben wir nicht einen Sied, Sheriff? Wir haben ein großes Problem zu diskutieren. Jetzt scheint es zu funktionieren. Na gut. Dann... Hoffe ich war es, das ist ein Problem. Die... Okay, also nochmal. Wir sitzen gerade beim Crooked Man, mit den ganzen Typen, die wir nicht leiden können, mit den ganzen zwielichtigen Gestalten. Wir haben uns da zugesetzt. Ist der Typ der Fun-Line, den wir ganz übel verprügelt haben? Du willst ein Drink? Something to eat. Vivian macht es sehr schön. Very elegant. Really, Carpaccio. Es ist Lobster. Sirloin. Ich bin hier für eine Grunde, und es ist nicht zu essen, die du fucking Essen. Really? Ja. Was denkst du, dass du das machst? Mr. Wolf ist unser Gast, und ich habe alle Intentionen von Co-operieren. Ah. Soll ich nicht das, dass du das Geld hast? Sit down, Jersey. Well, Sheriff, für die Säge der Transparenz, warum du uns nicht erzählst, warum du hier bist? Es würde helfen, dass alle Nerven sind, glaube ich. Du kennst, warum ich hier bin. Du hast die Frauen gebetet. Was Frauen? Faith und Lilly. Die Frauen, die bei der Pudding und Pie arbeiten. Did I know? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Some allotment of evidence. A witness perhaps. Hm? Your servant over there told me you did it. That's a fucking lieb. I didn't say anything like that. All I said was that this was your town. And nothing wouldn't happen without your approval. Ja. Und so werden die dann auch gefordert. True. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you, but the matter will be dealt with internally. Okay. I just want to settle the issue for you and to assure you that it's over with. You really don't need to worry yourself. Wir wissen aber halt auch nicht wirklich, wer das war. An unfortunate bit of business. You're going to tell me right now, who killed him. Sheriff. I have complete respect for you and your job. I hope you know that. I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. Ja, alles deutet irgendwie zu dem, aber wir haben nicht so richtig. Now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation. The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? Twiddledee, please. Aber es muss ja irgendwie eine mächtige Magie sein, die versiegelt, dass sie reden können. Der Typ? Hat die umgebracht? Hat der jetzt nicht irgendwie einfach einen von denen ausgepickt, den er jetzt, wo er jetzt sagen kann, dass er es war? War er das? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted. And I want to make things right. So, let's work something out. Let's let it work out. Unprotected, aren't I? Your protection has limits. And I think you far exceeded yours. But you could murder someone in cold heart like that. You fucking asked me to do this. And then attempt to blame me for it. You will be silent when we discuss what to do with you. This is right, bollocks, sis. You're just gonna let him do this? So, what do you say, Sheriff? Can we discuss this? I don't know exactly what I'm talking about. You can have, Georgie. Consider it a gift. Ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fuck. I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking punts. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us? For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us off. That's what I'm talking about. What's wrong with you, people? You're really gonna sell him out just like that? You think I can't give a fuck if I'm the one who... Who the shit do you think you fuck us around? You're supposed to fuck out of here. I do apologize, Sheriff. But I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant. And I would rather you weren't here to watch. You can go join that all at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit up and... What are you saying? Yeah, what the fuck? You're gonna make sure we all go down this shit up with you? I told you. I'm right out of patience, crooked man. I don't have time to fuck around here. The first guy who has all the flaws in the hands of me, I don't even have to complicate things. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Anything good? Well, look at you, all fixed up. I suffer the awareness. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Yeah, that's always when he's talking about something in the middle of the game. I don't know what he's doing. That's also only in this game. I don't know. Button mashing! Yes, but she's as someone else. She doesn't work well behind them. Okay. Lächeln in den Bauchfragen. Beginning of the end. Aber das ist ganz eigenartig. Irgendwie weiß ich so viel darüber, dass der Crooked Man das war, aber er hat ja recht, so richtig feste Beweise, finde ich. Was tut sie? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ah! Äh, ich weiß nicht. Na, ich hätte immer die Lemosine gehabt. Ich dachte, der schwingt sich rein gerade. Oh? Oh, go on it. Are you sure? Do it! He's not moving. Keep going. Die Klamotten da anziehen, oder was? Ja, so ein bisschen Wolfsgestalt muss auch mal sein. Ah, hat doch gut funktioniert. Ich kann nochmal gucken, ob wir irgendwas finden, aber ne, der guckt da nur so generell mal rein. Ja, da haben wir eine Blutspur. Oh my shit. Wenn wir jetzt folgen können. Dann sind wir wieder im Bordell. Wo er gewissermaßen auch alles angefangen hat. Oh my Gott. Oh no. Was glaubst du da nicht hier rein? Hätte jemand ihn vermutet als Mörder? Ja ich bin natürlich ein wirklich Crooked man Er ist der Grund, dass sie sterben sind. Ich weiß, dass er ein paar Fehler gemacht hat. Wir alle haben. Was? Er hat sich sicher, dass sie nicht mit diesen verdammten Rippen reden können, und dann hat sie sie getötet. Du hast einen selbst verwendet. Doesnht das auch ein bisschen, dass dieser Mann... Natürlich macht das. Das Mädchen... So, es ist all meine fucking fault, dann? I didn't mean... You're gonna throw me to the fucking wolf, too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says, or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. Cause it's not my fault. The crooked man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you go through with it. Ryan, believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Nerissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It won't be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? Stop complaining and take responsibility for what you did. You murdered Faith and Lily. You put those fucking ribbons around their necks. You had the power to let them go. But you chose not to. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her. Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me if free Lily meant she had to die. Do you still think I had a fucking choice? What are you doing? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off. Couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers. And the spell is broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happens to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Oh man. What are we doing now? Those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand. Nobody was supposed to die. When we built this place. It was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once. And nobody would try to control us. Or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell! Yeah, also, ich werd jetzt auf jeden Fall nicht sie umbringen, indem wir den... Das Ribbon... Äh... Indem wir ihr die... Die Schleife abnehmen. Ich hab jetzt aber noch nicht so hundertprozentig verstanden, wieso... Also, er hatte quasi nur die Wahl, entweder den Spell zu brechen und sie damit umzubringen oder die anderen Mädels umzubringen und hat dann halt die anderen umgebracht. Weil... Ribbon ist halt diese Schleife, die sie um den Hals haben. Um den Hals haben. Ähm... Weil ich mein, die Fotos, die wir gesehen haben, das ist ja nicht nur, dass die umgebracht wird, sondern anscheinend ja... Äh... Ja, ist dann immer nochmal schwierig, aber anscheinend ja auch vorher vergewaltigt und dann umgebracht. Also nicht einfach nur, okay, die mussten irgendwie beseitigt werden. Und dann ja anscheinend absichtlich auch noch in der Gestalt des Bürgermeisters und das Mädel in der Gestalt von Snow White. Wobei die Gestalt von Snow White hat sich ja Lilia anscheinend selber gegeben, weil es einfach beliebter war. Ähm... Na gut, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal nicht in die Schleife nehmen, sondern wir finden einen anderen Weg. Ich mein, das ist alles irgendwie voll mit Magie. Ähm... Die Hexe, wir haben ihr ihren Baum nicht angezündet. Sie, die soll mal bitte helfen, wie wir diesen Zauber loswerden. Ich kenne das Märchen auch nicht mit dem... ...deschleifern. Was? 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 Was ich mit Faith und Lily... ...und allen von ihnen... Jetzt klingt die Gesichter mit der Schleife. Vivian, warte! Ich... ...und jeden Tag muss ich Gwyn und Hans in die Augen sehen und wenden, dass ich mich nicht interessiere. Ich muss mich vergessen, was ich mit ihnen getan habe. Was ich von ihnen weggebracht habe. Ich schaue auf Nerissa und mich selbst liebe. Vivian! Ich kann nicht mehr wenden. Was machst du denn? Vivian, nicht! Ah! Ah! Vivian! Nein! Nein! Warum musst du das tun, Vivian? Vivian! Vivian! Was soll ich ihnen dazu noch sagen? Vivian! Ich habe nicht das so gesagt. Ich war einfach... ...und... 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 Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him really fuck him up for me, all right? For both of us. Don't worry about the crooked man. Old foundry by the river, all right? Shepard Metalworks. Shepard Metalworks, okay. Fucking asshole. Do you want to finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? I don't know who you want to do, right? Well, whatever it is, just get it over with. That's not who I am. Prove it then. No more games, all right? We both know how this ends. Just make it quick. Quick. Just make it faster, right? All right, Georgie. Tja, das nenne ich mal gute Polizeiarbeit. Zweimal Selbstmord. Adun is feel the thunder. No. Pfft. Pfft. I don't know. Pfft. Eigenartig, dass er sich jetzt hier versteckt. Aber das ist auf jeden Fall sein Auto. Ich gucke noch mal eben in das Book of Fables. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, was zu diesem Ribbon-Märchen irgendwie passt. Okay, hier haben wir einmal diesen Jersey Devil. Das war der Verkäufer da im Pornshop, der Fundlayer. Okay, er hatte irgendwie mal ledrige Flügel. Aber es gab dann irgendwie eine besondere legendäre Axt. Die dieses Feature gestrichen haben. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber es spielt bestimmt auf irgendwas an. Ja, das ist auf jeden Fall die Axt von dem Mutzmann. Von dem Jäger aus den ganzen Geschichten. Irgendwie von Druiden verzaubert. Und deswegen gibt es auch diese Rune da oben drauf. Ah, das ist die Axt, mit der der Jäger dem großen bösen Wolf den Bauch aufgeschnitten hat, um ihm da Steine reinzutun. Okay, das hatten wir schon. Dann haben wir hier Bluebeard's Money. Hey, das ist auch diese Axt. Kann sein. Okay, der irgendwie spendet relativ viel Geld an die Stadt für finstere Zecke. Okay, und der versucht aber auch möglichst viel Geld zu, äh, in die Stadt zu stecken, damit da, damit die Stadt ihn schützen kann. Vor, halt im Grunde der Außenwelt, außerhalb von Fable Town. Ja, The Crooked Lair, quasi das, äh, ja, Headquarters, da wo wir gerade am Anfang der Episode saßen, bevor es dann alles ganz schlimm wurde. Okay, das war wohl eine Kirche. Ja, und die einzige Möglichkeit, eben da reinzukommen, waren diese Portale, was wir jetzt schon gelöst haben. Tja, und das ist der Crooked Man. Okay, und der hat wohl seine Frau und seine Kinder umgebracht. Ja, und der verkauft halt im Grunde alles Mögliche an die Leute, die sowas halt brauchen. Dann haben wir hier Tiny Tim. Der Typ hat uns ja dann hingeführt zum Crooked Man. Der findet den ja anscheinend gar nicht schlecht. Naja, wahrscheinlich... Er hat halt irgendwie einen Job und so. Naja, wie es halt immer so ist. Tja, hier haben wir The Girl with the Ribbon, Vivian, die sich gerade umgebracht hat. Und sie war anscheinend die Erste, die von dieser Schleife verflucht wurde. Also irgendwie nachts hat irgendwie mal ihr Mann versucht, die Schleife zu öffnen, als sie ihn einfach irgendwie interessiert hat, warum sie die nie ab... Warum sie diese Schleife nie ablegt. Dabei ist sie aber dann aufgewacht. Ähm... Ist halt dann irgendwie ausgerastet. Und dann haben sie sich irgendwie getrennt. Sie sollten eben einfach nur in Ruhe gelassen werden. Was denn vielleicht nicht so clever ist, dann als Prostituierte zu arbeiten. Ja, und das ist jetzt nochmal das Bordell. Padding and Pie. Vivian und Georgie. Die beiden, die jetzt gerade da tot liegen. Na gut. Ah, von... Okay. Wir haben bisher Hansen nicht wieder gesehen, Uem. Ja, es hat nicht so ganz geklappt mit dem Vormittag. Oder haben wir Hansen nochmal gesehen? Das geht gar nicht. Of course. Dann wissen wir nur bei Johann noch nicht, wo der her ist. Naja, und bei... Und bei Hans zwar bestimmt dann irgendwie Hans im Glück oder so. Bei Shepard muss ich immer an Mass Effect denken. Da hieß die Hauptperson ja mit Nachnamen so. Okay, da sind überall so eine Boxen mit den Zeichen von Crooked Man. Das ist immer ganz eigenartig, dass die Schatten hier immer die Farben umdrehen. Also wir haben hier ein schwarzes Symbol. Und da, wo der Schatten drauf fällt, ist es weiß. Ganz, ganz eigenartig in dem Spiel immer. Okay, da haben wir so ein Wort. Großes Rat. Du hast so etwas gewesen sein. Ja, genau so ist Hu. Ich stand auch gerade da und das habe ich versucht dann ein bisschen zusammenzufassen für die Leute, die es nicht gelesen haben. Aber der Rest hätte es ja dann auch lesen können. Also wir waren zwar manchmal mit drauf, es ging aber anscheinend um die Mädels, die da fotografiert wurden. Und zwar anscheinend alle. Also die meisten davon sind mittlerweile tot. Eigentlich außer Snow White alle, oder? Ich weiß gerade nicht mehr, wenn wir die waren. Ach, das ist das Symbol vom Crooked Man. Das ist doch so eine Foltermaschine. Okay, hier haben wir eine Werkbank. Sind das diese Klemmer-Dinger? Nee. Ach, die machen hier Silberpatronen. Ah, die ist echt interessant, weil ich glaube, dass sie glaubt, dass sie die Fäden in der Hand hat. Und vielleicht hat sie das auch. Das wird nicht lange dauert. Geh raus! Jetzt, mach das nicht schlimmer. Aw, er will nicht spielen. Ich bin sicher, dass du ihn versuchst. Wow, was ein Mann. Stealing Punches, während mein Back ist gebrannt. Und keine Songs für die. Ah, keine Songs für die. Ich glaube, die Silberpatronen zum letzten Mal. Die landet hoffentlich in irgendeinem Buttig. Die landet hoffentlich in irgendeinem Buttig. Ach, du Scheißer. Nein, da würde ich kurz den Chat lesen und dann war schon zu spät. Ich gucke gleich wieder rein, ja. Gerade nicht. What the fuck? Ich habe jeweils die Knöcke gedrückt, aber es ist eher Reagation an den Namen. Ach, du Scheißer. Das könnte jetzt auch irgendwie Silentil sein. Ach, du Scheißer. Der Kreis ist voll verdammt. Er kann ich nicht tun. Also sie ist einfach die Einzige, die es sofort verdient hat, geschlagen zu werden. Die hat uns mit ihrer scheiß, äh, Ruheraum-Silberkugel-Munitionen in den Bauch geschossen. Ah, okay, Scheißer. Oh, 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 okay, Scheißer. Oh-oh! Was? Was! Was? 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 Ach Gott, wieviel komm denn da? Ah, das hätte ich mal wieder Trampete spülen. Kein Mikrofon benötigt. Ah, ok. Ach stimmt, er hat ja auch die drei von den drei kleinen Schweinchen die Häuser weggepustelt. Klar kann er gut, äh, pusteln. Deswegen wohnt er das eine Schweinchen bei ihm, weil es ihm immer noch verwirft, dass sein Haus zerstört wurde. Jetzt ergibt alles Sinn. Stimmt nur zwei. Deine Schwein war so clever mit dem Steinhaus. Das ist auch unfair. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.